Jo, ok mein Mate erpennt wieder, sind wir auch mal aufgemacht, sehr gut. Ja, solche Bilder fliegen kann ich halt nicht. Irgendwie können das viele, aber fliegen ist für mich noch so ein absolut rotes Tuch. Sehr gut, auch nicht. Oh, der war schön, der war schön, einfach ganz simples Tor leider. Nicht viel fliegen, nicht drehen, keine Ahnung was, einfach nur sauber ins Tor schießen. Ja, das war schön. Oh Gott, der hat den über mich lieber gelupft. Ich bin einfach eine Stunde in der Luft. Ja, das war schön. Oh Gott, mein Mate da ist, manchmal tun meine Mates mir auch ein bisschen leid. Gerade wenn ich solche Welle halt verkackt kann. Nice. Ja, bei sowas auf gar keinen Fall mehr dran gehen. Wäre ich drangegangen, hätte ich verkackt. Oder den noch da rausgefischt oder irgendwie sowas. Okay, hier ist wieder die geballte Power der Pro Blaze. Ich lege auf dem Kopf. 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 Hmm. Das war tatsächlich mein Schuss. Nein. Ich dachte, er hat den. Biberabinabinomar. Das war dein Ball. Das war's. Das war's. Das war's. Scheiße. Oh, sehr schade. Oh Gott. Tor. Nice. Vielleicht nicht als Vorlage. Schade, aber wir haben gewonnen. Alles ist gut. Ja, Vorlagen muss man auch gewinnen. Das muss man auch machen. Das war's. Das war's. Nichts. Tschüss, aber auch. Tschüss. Das war's.